Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Die beste Kreditkarte 2013. Ja, an wen geht der Platz? An die Volkswagen Bank direkt. Und Herr Blume kommt schon auf mich zu, um seinen Preis entgegenzunehmen. Herzlichen Glückwunsch. Sagen wir dazu auch noch ein paar Details immer sagen? Kann man sagen, genau 5,6 sogar von sechs Punkten insgesamt. Insbesondere wurde die gute Bargeldversorgung und die Zahlungsbedingungen sowie der hervorragende Service und Support als ausgezeichnet bewertet von Ihren Kunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Wir sehen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Wir sehen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2015.